Es gibt viele Gründe, warum man mit dem Major Sichelmulcher CS Pro MJ651502R in Sachen Mäharbeiten immer auf der sicheren Seite ist. Bei geringem Leistungsbedarf und einer großzügigen Arbeitsbreite sorgt dieser Sichelmulcher mit seinen gegenläufigen Rotoren und einer Messerüberlappung von mindestens 60 mm für eine saubere Schnittgutverteilung. Das Klingensystem ist dabei sowohl starr als auch schwingend nutzbar. Die beiden Walzen bringen gleich mehrere Vorteile mit sich. Aufgrund ihrer Auflagefläche erzeugt der Sichelmulcher einen geringen Bodendruck und über die Walzen wird eine präzise Höhenführung ermöglicht. Gleichzeitig sorgen die Walzen für eine optimale Bodenglättung. Bei regelmäßiger Nutzung erhält man so einen schönen geraden Untergrund. Die beiden Sicheln mit je zwei Schneidmessern und Zerkleinerungsmessern erzeugen eine Saugwirkung auf das Gras und sichern so einen sehr sauberen Schnitt. Der CS-Pro MJ65150-2R besteht aus feuerverzinkten, hochwertigen Stahl, welcher eine wesentlich höhere Haltbarkeit der Maschine garantiert. Ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Sichelmulchers ist der komplette Getriebeantrieb ohne Keilriemen. Die Dreipunktaufnahme Kat 1 und Kat 2 stellt sicher, dass man diesen Sichelmulcher mit jedem handelsüblichen Traktor nutzen kann. So wie in diesem Fall mit einem Branson 1905 H. Auch in Sachen Sicherheit ist man mit diesem Sichelmulcher im wahrsten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite. CE-Prüfzeichen, Scherbolzen in der Gelenkwelle und Gummikupplungen zwischen den Getrieben sprechen für sich. Wer Wert auf Langlebigkeit, hochwertige Materialien und natürlich ein optimales Schnittergebnis legt, der kommt nicht an diesem in allen Bereichen überzeugenden Sichelmulcher vorbei. Der CS-Pro MJ65150-2R von MAJOR Der CS-Pro JD 5 Bis zum nächsten Mal.